Und natürlich sind wir überglücklich, dass wir heute hier aus WN2 Hunde mitnehmen können. Es war für uns das erwartet schwere Spiel. Darauf haben wir uns eingestellt gehabt, vor allem über die sehr gefährlichen Standardsituationen. Über die gesamten 90 Minuten hatten wir doch viele brenzlige Situationen zu überstehen. Wir haben unsererseits noch Steigerungspotenzial, was vor allem unser Offensivspiel angeht. Vor allem in der Endphase haben wir drei, vier, fünf sehr gute Möglichkeiten gehabt, wo wir es nicht geschafft haben, den Ball in die Tiefe zu spielen. Und so sind wir umgehend wie ein Konter reingelaufen. Und ich denke, wir haben jetzt auch nicht so arg viele Chancen gehabt, aber die zwei entscheidenden Treffer haben wir erzielt. Und ich denke, deshalb nehmen wir auch die drei Punkte mit. Jetzt gilt es wieder zu regenerieren. Am Samstag steht schon das Derby gegen den VfB wieder an. Und da bin ich sehr optimistisch, dass wir da wieder den nächsten Schritt in unsere Entwicklung machen werden, in der Offensive noch besser auftreten können. Und dann werden wir auch da noch, denke ich, mal in einem anderen. Vielen Dank. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.